Heute geht es dann nun weiter mit den Anfechtungsgründen und wir haben uns in der letzten Folge ja schon etwas damit beschäftigt. Wir haben ja insgesamt sechs verschiedene Anfechtungsgründe, Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum, Irrtümer, verkehrswesentliche Eigenschaften, die unrichtige Übermittlung, die arglistige Täuschung und zu guter Letzt die widerrechtliche Drohung. Eigentlich wollte ich in diesem Video alle sechs Anfechtungsgründe auf einmal besprechen, aber dann habe ich im Laufe des Videos gemerkt, dass es viel zu viel wird. Dementsprechend habe ich das Ganze jetzt gesplittet. Wir machen jetzt heute die ersten drei Anfechtungsgründe, Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum, Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften, sprich die drei Irrtümer aus § 119 BGB und in der nächsten Folge werden wir uns dann die restlichen drei Anfechtungsgründe zusammen anschauen. Fangen wir dann direkt einmal an mit dem § 119 Absatz 1 Fall 1 BGB, nämlich mit dem sogenannten Inhaltsirrtum. Ich lese vor. Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei Verständigerwürdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. Wann liegt nun der Inhaltsirrtum jetzt mal vereinfacht gesagt vor? Dieser liegt vor, wenn der Anfechtende sich über den Inhalt seiner abgegebenen Willenserklärung irrt. Was ist ein Irrtum? Erstmal so die erste Definition, welche wir jetzt lernen sollten. Irrtum ist immer das Auseinanderfallen von Gewolltem und Erklärten. Das heißt also, ich möchte etwas, erkläre aber etwas anderes. Das wäre also ein Irrtum. Ein kurzes Beispiel dazu. C kauft bei dem D drei große Wiener Erdbeertorten zum Preis von 60 Euro. Hierbei glaubt er, dass es sich bei den Torten um große Torten handelt. In Wahrheit handelt es sich aber bei den Wiener Erdbeertorten um kleine Teigtaschen. Das ist wohl lokal so bestimmt, welche mit Erdbeermarmelade gefüllt sind. Sprich, der C befindet sich hier in einem Zustand, in dem er etwas möchte. Er möchte gerne Torten haben, bekommt aber durch seine Erklärung eben diese Teigtaschen mit Erdbeermarmelade gefüllt. Für einen natürlich sehr hohen Preis. Was hier aber auch egal ist. Und er befindet sich hier also mithin in einem Irrtum und gewolltes und erklärtes Fallen hier auseinander. Sprich, das wäre so, ich sag mal so, der klassische Fall eines Inhaltsirrtums nach Paragraph 19 Satz 1 Fall 1 BGB. Es gibt ja auch dieses Beispiel mit den Großrollen oder Gro-Rollen-Toilettenpapier, wo jemand sich über den Begriff des Groß quasi irrt. Das ist ja so der klassische Fall. Wahrscheinlich habt ihr das schon mal gehört. Zum Inhaltsirrtum gibt es jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Das ist eigentlich auch schon alles, was man hier zu sagen muss. Das Inhaltsirrtum ist auch in der Klausur, finde ich, eigentlich völlig uninteressant, weil es da meistens jetzt nicht wirklich Probleme geben sollte. Dementsprechend sollten wir immer so ein bisschen auf den Irrtum bei verkehrswesentlichen Eigenschaften oder die Archistische Getäuschung schielen. Das sind so, finde ich, für mich aus Erfahrung heraus die zwei Anfechtungsgründe, welche in der Klausur wahnsinnig oft rankommen und der Rest geht so ein bisschen unter. Dann kommen wir zum Erklärungsurschen. Da gibt es ein bisschen mehr zu zu sagen. Das ist in § 119 Abs. 1 Fall 2 BGB geregelt. Ich lese vor, wer bei Abgabe einer Willenserklärung eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei Verständigerwürdigung ist, weil er es nicht abgegeben haben würde. Der § 119 Abs. 1 Fall 2 BGB meint in seiner Beschreibung hauptsächlich Fälle, wo sich der Erklärende verschreibt, verspricht, vertippt, vergreift. Also man macht etwas, was man gar nicht machen wollte quasi. Also man gibt quasi ein Erklärungszeichen durch eben diese vier Handlungen, verschreiben, vertippen, versprechen, vergreifen, gibt man also quasi ein Erklärungszeichen ab, welches man gar nicht abgeben wollte. Ich habe jetzt hier drei Beispiele für euch mitgebracht, um uns alle diese vier Fälle kurz anzuschauen. Erst einmal das Versprechen. B möchte dem A sein Fahrrad verkaufen und möchte hier für 500 Euro haben. Am Telefon verspricht sich der B aber und bietet dem A das Fahrrad für 50 Euro an. Klassischer Fall des Versprechens, wir wollen 500 Euro für das Fahrrad haben. Also sprich, das ist das Gewollte. Erklären tun wir aber, dass wir das Fahrrad für 50 Euro verkaufen wollen. Sprich, gewolltes und erklärtes Fallen hier ebenfalls auseinander. Und der B hätte hier ein falsches Erklärungszeichen gesetzt. Und mithin würde er sich in einem Erklärungsirrtum durch Versprechen nach §191,2,2,BGB befinden. Nächstes Beispiel. E verkauft über Ebay ein Kunstwerk, welches der Skulpturkunst zugeschrieben wird von C.H. Miller. Eigentlich wollte der E aber ein zum Verwechseln ähnliches Werk des Künstlers A.B. Depp verkaufen. Dies bemerkt der E erst, nachdem der F über den Button Sofortkaufen die Skulpturkunst zu einem Schnäppchen von 100 Euro kauft. Hier haben wir das Vertippen, das Verschreiben. Eigentlich ein ganz, ganz ähnlicher Fall wie der erste. Hier wollte der E ein Kunstwerk von A.B. Depp verkaufen. Verkauft aber eins von C.H. Miller. Sprich, er befand sich auch hier in einem Erklärungsirrtum. Da quasi das Gewollte war ja, dass er A.B. Depp verkauft. Hat aber jetzt hier erklärt, dass er C.H. Miller verkauft. Dementsprechend würde man hier annehmen, dass man hier ein Erklärungsirrtum durch Verschreiben, Vertippen, durch das Setzen eines falschen Erklärungszeichens hat. Und dann drittens das Vergreifen. Diesen Fall haben wir uns bereits schon mal angeschaut. Das ist der Trierer Weinversteigerungsfall. Den habe ich jetzt hier nochmal mit reingenommen. X befindet sich auf einer Versteigerung in Trier, bei der Wein versteigert wird. Überblickt er just in dem Moment, in dem gerade eine teure Weinkiste verkauft wird. Seinen alten Freund Z. und hebt die Hand, um diesen zu grüßen. Der Versteigerer vorbereitet diese Geste des X als Gebot und erteilt dem X den Zuschlag bei 60 Euro für den Wein. Und natürlich würden wir auch hier sagen, okay, gewollt war hier das grüßen des Freundes Z. Erklärt wurde quasi das Gebot für diese Weinkiste. Das wollte der X gar nicht so. Sprich, gewollt und erklärt es fallen hier auseinander. Somit wäre hier ein Erklärungsirrtum durch Vergreifen nach § 191 Fall 2 BGB zu bejahen. Auch der Erklärungsirrtum ist, wie auch schon ein Inhaltsirrtum, eher seltener anzutreffen in der Klausur. Kann natürlich auch mal im Falle des Trierer Weinversteigerungsfalls dann mal kurz durchgeprüft werden. Aber viel interessanter ist für uns jetzt der Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften. Und hier jetzt bitte genauestens aufpassen. Ich lese vor. Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. Für uns ist es essentiell, dass wir jetzt einmal uns zwei Definitionen auf Karteikarten aufschreiben. Das ist zum einen die Definition der Eigenschaft und zum anderen die Definition der Verkehrswesentlichkeit dieser Eigenschaft. Denn das sind ja auch die zwei Begrifflichkeiten, mit denen dieser Irrtum beschrieben wird. Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften. Sprich, wenn wir wissen, was eine Eigenschaft ist und wenn wir wissen, was die Verkehrswesentlichkeit dieser Eigenschaft ist, dann haben wir quasi auch schon diesen Irrtum verstanden und gelernt. Erst einmal die Eigenschaft. Ganz, ganz simple Definition. Das sind wertbildende Faktoren einer Sache. Eigenschaften sind wertbildende Faktoren einer Sache. Wir werden uns gleich nochmal anschauen, was das für Faktoren sein können. Aber eine Sache noch vorneweg. Schreibt euch das Ganze jetzt hier mal auf Karteikarten und lernt. Das ist in zwei Sekunden gelernt. Da braucht ihr keinen Effort. Das könnt ihr sofort instant quasi lernen. Dementsprechend einfach jetzt machen und dann habt ihr das Ganze auch schon verstanden. Eine Sache noch zu den wertbildenden Faktoren einer Sache. Natürlich sind wertbildende Faktoren einer Sache nicht der Wert oder der Preis selber. Wie sollen der Wert oder der Preis selber wertbildende Faktoren sein? Weil wertbildende Faktoren oder der Wert oder die Sache sind ja quasi schon das Endstadium. Dementsprechend fallen natürlich diese zwei, oder was heißt diese zwei, aber diese Art, also sprich der Wert oder der Preis selber, fallen natürlich nicht unter diese Eigenschaften. Und es reicht nicht zu den verkehrswesentlichen Eigenschaften. Ganz, ganz wichtig. Bitte merken. Ein kurzes Beispiel dazu. A verkauft dem Bär eine Flasche sehr alten Whiskys und glaubt hier, dass der Whisky nichts wert ist. In Wahrheit handelt es sich aber um eine Flasche mit Sammlerwert. Und hier kann man natürlich sagen, okay, handelt es sich hier um eine Eigenschaft. Eigenschaft, ja, warum möchte der A jetzt hier unter Umständen anfechten? Ja, weil er glaubt, dass der Whisky jetzt, er hat geglaubt, dass der Whisky nichts wert ist. Wahrheit war er was wert. Dementsprechend würde man prüfen, ist hier der Preis jetzt hier eine Eigenschaft? Und wir würden sagen, nein, haben wir ja gerade besprochen. Nein, natürlich ist der Preis keine Eigenschaft, da der Preis niemals wertbildend sein kann, weil es ja schon das Endstadium ist. Dementsprechend könnte der A hier nicht anfechten. Wenn er jetzt aber geltend machen würde, okay, wenn er sagen würde, okay, ich wusste nicht, dass das eine Sammleredition ist, dann würde man nochmal darüber sprechen können. Bei der Sammleredition hingegen, die ist selbstredend ein wertbildender Faktor. Das heißt, dann könnte man überlegen, ob hier ein Anfechtender doch einschlägig wäre. Was ist nun die Verkehrswesentlichkeit? Verkehrswesentlich ist eine Eigenschaft dann, wenn sie für das konkrete Geschäft von Bedeutung ist. Sprich, wenn es vertraglich vereimert wurde zum Beispiel oder wenn es klar ist, dass diese Eigenschaft hier von Bedeutung ist. Und ich habe euch jetzt hier mal ein paar Beispiele mitgebracht bei verschiedenen Arten von Gegenständen, was so wertbildende oder verkehrswesentliche Eigenschaften sein können. Beim Teppich sind das zum Beispiel das Alter, verwendeter Stoff, das Herkunftsland, bei der Kunst oder generell bei Kunst, der Künstler, das Alter, das verwendete Material, bei Porzellan das Material, das Alter, bei einem Auto ebenfalls das Alter, der Kilometerstand, ob eine Unfallfreiheit besteht, bei Büchern, was für ein Schriftsteller das Buch geschrieben hat, das Alter, die Auflage, die Ausgabe, bei Elektrogeräten, Alter, Herstellerzustand, bei Schmuck, Material, Alter oder bei Kleidung. Hersteller, Material, wer ist der Designer? Das Ganze natürlich hier nicht abschließt, das Ganze könnte man jetzt noch drei Jahre lang fortführen. Aber das ist für euch einfach mal so zu den wichtigsten Sachen, sage ich jetzt mal so die wichtigsten Eigenschaften. Natürlich gibt es noch andere Eigenschaften, welche jetzt hier nicht aufgelistet sind. Was auffällt, ist, dass bei allen eigentlich immer das Alter eine Rolle spielt. Das Material, der verwendet Stoff eventuell auch. Dementsprechend kann man sich auf diese verkehrswesentlichen Eigenschaften eigentlich immer berufen als Anfechtender. Und es ist natürlich auch interessant, weil man das Ganze natürlich auch selber auch natürlich gebrauchen kann. Wenn man mal irgendwann anfechten möchte, sollte man sich natürlich niemals auf den Wert oder den Preis einer Sache stützen, wenn man über den Paragraph 19 Absatz 2 BGB anfechten möchte. Man sollte sich immer irgendeine Eigenschaft nehmen, wie jetzt hier unten zum Beispiel beschrieben. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Anfechtungsgrund hat, sehr, sehr viel, sehr, sehr Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt den Preis oder den Wert selber nimmt. Ja, eine kurze Sache, die ich jetzt noch zum Schluss dieses Videos nochmal mit euch besprechen möchte, das ist ein kleiner Meinungsstreit. Und zwar gibt es hier einen kleinen Meinungsstreit beim Paragraph 19 Absatz 2 BGB, diesbezüglich, dass manche Stimmen, oder was heißt es, manche Stimmen, was die herrschende Meinung sagt, dass das Sachmängelgewährleistungsrecht aus Paragraphen 433 bzw. 434 befolge BGB spezieller ist als das Anfechtungsrecht. Und das ist halt auch, wie gesagt, die herrschende Meinung, dass das der Fall ist. Und das wird damit begründet, dass ansonsten das Verjährungsrecht aus dem Kaufrecht ausgehöhlt werden würde. Sprich, wir würden dann hier sagen, dass wir grundsätzlich erst einmal die Sachmängelgewährleistung prüfen müssten, nach Paragraphen 433 und folgenden. Und dass diese die Anfechtung quasi sperrt. Und das Ganze würden wir eben im Rahmen der Anwendbarkeit, ich habe ja gesagt, es gibt ja diesen Dreisatz der Anfechtung, sprich Anfechtungserklärung, Anfechtungsgrund, Anfechtungsfrist, es gibt natürlich vorher noch einen Punkt, den man eigentlich immer prüfen muss, das ist die Anwendbarkeit. Und das würde man jetzt hier bei der Anwendbarkeit als in Anführungszeichen 0. Punkt prüfen. Diesen Meinungsstreit ist aber für uns jetzt erst einmal nicht so wirklich relevant, weil das Ganze erst im Schuldrecht BT eigentlich eine größere Rolle spielen wird, da man auch dort natürlich erst diese ganzen Normen aus dem Sachmängelgewährleistungsrecht kennenlernt. Dementsprechend sollte man sich jetzt hier nicht zu sehr irgendwie verängstigen lassen. Das Ganze ist in meinen Augen kein BGBAT-Problem, aber kann natürlich trotzdem in abgeschwächter Form in der BGBAT-Klausur drankommen. Deshalb am besten kurz durchlesen, kurz lernen und dann halt kurz bei der Anwendbarkeit im Rahmen der Anfechtung erwähnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr bei eine Bewertung freuen. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit den letzten drei Anfechtungsgründen, der unrichtigen Ermittlung, der arglistigen Täuschung und der widerrechtlichen Drohung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Paragraf 31.